Please proceed with caution Ihr habt mir auf Facebook geschrieben, ich soll dieses Spiel spielen SCP Ich hab voll Angst, hört auf, ich hab voll Angst Ich will das nicht spielen Und die Maus ist so schnell, man kann aber in keine Einstellungen gehen Wenn man auf Escape Drift geht es einfach auch aus, Mensch Ich muss ja voll laut machen, dass ich mich auch schnell erschreck Hör, bis jetzt ist das ziemlich einfach, man muss einfach unter Treppen laufen Und wenn ich das Kabel hier runterreiß, fliegt die ganze Kamera fort Ich bin schon bei zwei Ich lauf einfach rückwärts, regt's mich nicht, oder? Nein Oh Gott, halt die Fresse, was? Leute, ich will wieder vom Disneyland abgeholt werden Da mach ich aber nur eine Runde, Leute Mal kurz gucken, ob ich die Windeln richtig angezogen hab Läuft! Drei! Voll lächerlich! Wie weit geht's? Bis zwei oder so? Nein, 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 guck Ich hab keine Angst, ich guck euch an Hallo, ihr seid so schön Ach, scheiß doch drauf, Mann, ich mach das hier fertig, Männer Ah! Ach doch, Vorsicht, alles ist in Ordnung Okay, danke Voll, die fick ja wirklich Und diese Dunkelheit Nein Fünf? War ich schon bei vier? Haut am Mund Links ist gut, rechts ist schlecht Also gehen wir rechts Gott, Leute, das ist so eklig, hört auf Hört auf zu lachen jetzt, ihr lacht doch grad Aber dann ist es gut mit solchen Horrorspiele Ich will dann wieder welche haben, wo man den Gegner so ein bisschen sehen kann, wisst ihr? Nein, nein Und diese Schwärze, wie sie mir entgegenkommt Ich muss kurz schlucken, ich hab Angst, dass wenn ich schluck, dass dann was passiert, dann flieg ich mir die Zunge aus dem Mund, keine Ahnung Ne, null Tja, rechts war vorhin scheiße, ne? Geht doch wieder rechts Ne, wir gehen links I don't mag Horrorspiele, I don't mag Sam Das ist so eklig, Kinder Mein Frau ist netto, ich bin ganz allein, guck mal gleich, kommt irgendwas hier in die Tür rein Sieben Nein, bitte Hoffentlich ist es gleich vorbei, hoffentlich sterbe ich jetzt gleich oder so Halt dein Maun, halt dein Maun The door The way is Away Verstehst du? Verstehst du? Ich wohne einfach jetzt hier, hier hinten an der Tür Äh, ich meine hier hinten an der Wand werde ich jetzt einfach wohnen Hier ziehe ich ein Da unten ist das Loch im Boden und da drüben ist das andere Loch im Boden Und da ist die Schwärze, die so langsam auf einen zukommt, aber nicht ganz zu einem hinkommt Kann ich auch einfach gewinnen? Habe ich dann irgendwie einen Atombombenwerfer und kann dem, kann irgendwas abschießen? Nein, diese Schwärze Hier unten windet es Das ist jetzt der gleiche Gewitterkeller wie letztes Mal, wie bei Schlender, wie bei Menschen Gott, wenn irgendwas kommt Aber ich schreie nicht, ich bin ja kein Mädchen Ich mach dann nur einen männlichen Schreizicker so Oder sowas, keine Ahnung, wie Männer eben schreien Fick die Henne, was machst du denn da? Das war ja lächerlich, das war doch nicht mal eklig, das war ja süß Sowas würde ich mir ans Haustier halten Hinten, da wo die Wand zugemacht ist, bei beiden zwei Steinen und beide Flecken an der Wand Guck mal, ich sehe gruselig aus, wenn ich die Augen aufmache, oder? Guck mal Ja, ich weiß Hier muss ich fast nichts schneiden, weil ich die ganze Zeit Ultraschiss habe und vor Angst erzähle Oh Gott, nein! Ich dachte, da wäre was Du atmendes Stück Hundekot, ich werde dich herhaschen und dich dann aufnaschen Zwölf Ich habe es bis zwölf geschafft Meines Wissens hat noch niemand auf der Welt mehr als eins geschafft Halt deinen Mund Kommt doch was von hinten? Na ja, please, na ja Please, don't kill me I'm an innocent citizen I wanna get home to my wife and my kids and beat them up like a real dad Pfff! Ihr seid doch behindert, man schlägt doch keine Kinder und auch nicht seine Frau Hört auf, hört auf eure Frauen und eure Kinder zu schlagen Gott, wie ich gerade durchgerannt bin durch den Abschnitt Ich bin ziemlich, ich bin ziemlich männlich, muss ich schon sagen Halt deinen haarigen Mund fest Männer, 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 Männer Take one step four and two steps back Schon spät, Männer Noch ein feierohlen Bier und dann ab ins Bett Fünfzehn Ich sterb, ich sterb Rechts oder links? Komm, wir gehen jetzt mal links Es langt mal jetzt Ich will das Level gerne mal ausgeleuchtet sehen Jetzt kommt irgendwas, da ist es! Halt deinen Maul, ich geh dann nicht da runter Los geht's! Weeeee! Are you fucking kidding me? Are you kidding me, bruh? NEIN! Ich muss es noch mal spielen, weil ich gerade eben mit das scheiß Loch gefallen bin Ich will schon gucken ob ich verrecke oder sowas Also von irgendwas gefistet werde Super Super Dann weiß ich jetzt, dass bis 12 nichts passiert Ich habe keine Angst, ich werde nicht anhalten Ich renne durchgehend durch Fickt euch! 2, ist mir scheißegal Nanananananananananananananan... Oh mein Gott, hab' ich vorhin schon gesehen Ich hab' mich überhaupt gar nicht erschreckt, also find' ich jetzt... Drei... Oh, ich wollte ja nicht anhalten... Nur mal auf anfangen... Warte, die Bene... Ich mein' natürlich, seid ihr verrückt... Ich lauf' einfach durch, grad's mich an der Nase, mir scheißegal... Ja, pscht, ich weiß... Es ist alles in Ordnung! Danke... Warum kann da nicht einfach so ne... so ne kleine alte Frau am... Am... Am Walkie sein? Äh... Ich wollt' Ihnen nur sagen, dass alles in Ordnung ist bis jetzt... Und ja... Ich wollt' Ihnen nur sagen, dass Sie jetzt weitergehen können... Da unten ist nichts, bevor sie Angst haben müssen. Außer dieses Monster, das sie fickt. Okay. Ist mir scheißegal. Ja, guck mal. Das ist doch genau das, wo wir wohnen bleiben wollten. Jetzt kommt gleich das Gesicht. Diese zwei Augen. Ist uns überhaupt gar nicht schlimm. Aber Moment mal. Habe ich nicht vorhin. So, bei 9. Jetzt kommen bestimmt gleich die Augen. Ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Augen. Augen, Augen, Augen. Ich habe voll die Gänsehaut im Nacken. Ist hier der mir jemand? Kurz die Kamera gucken. Okay, nur ein Mörder. Nur ein Mörder. Aber kein Monster. Alles klar. 11. Ich war vorhin bei 140 oder sowas. Oh mein Gott. Das Spiel ist doch ganz anders als gedacht. Super. Dann habe ich jetzt doch Angst. Ist mir scheißegal. Ich habe... 13. Okay. Ist ja wie Hello Kitty im Grasland. 16. War ich vorhin schon bei 16. Ich glaube nicht. Ich spiele das Spiel jetzt gerade durch. 17. Lächerlich. Als der Entwickler das Spiel geplant hat und das 16 Level geplant hat. Ich bin schon im 17. Ein Gewinn. Vielleicht einen Sachpreis. Vielleicht einen Geldpreis. Man weiß es nicht. Ich hoffe, das ist irgendwie für euch unterhaltsam. Weil es ist ja echt gar nichts, mit dem ich interagieren kann. Es ist einfach nur... Einfach nur das Spiel. Man geht durch Gänge und... Jetzt kommt irgendwas. Was? Was? Gott, ist das eklig. Aber ist mir scheißegal. Ich bin Mann. Nein. 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 Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Ist mir alles egal. Irgendwas soll mich jetzt kaputt machen. Irgendwas. Das ist bestimmt irgendwas Kleines. Irgendwas, was gar nicht so aussieht. So ein kleines Baby steht vor einem. Und dann macht es... Und dann ist es ein böses kleines Baby. 23. Bitte sagt mir jetzt... Irgendjemand hockt jetzt wahrscheinlich da und denkt sich... Es geht noch bis 100. Wehe. Es geht bis 100. Dann raste ich aus. Bitte bring mich jetzt um. Spiel. Bitte. Also nicht im wahren Leben. Spiel? Spiel. Okay, gut. Das bringt mich nicht um. Gut. Ruhig bleiben. Wenn man der Typ nicht mehr aufsteht. Dann sitzt du vorher aus dem Bild. Bam. Richtiges Männerspiele bis 28. Wisch? Wenn du hochkommst, 29. Jetzt kommt irgendwas. Jetzt. 29. Okay, jetzt bin ich gefickt. Ich gehe einfach gerade aus. Weiter, weil ich... Oh mein Gott, halt die Fresse. Nein. Du harrisches Kind. Ich gehe hin. Ich fick ihn jetzt. Ich fick ihn. Ich habe Gänsehaut. Überall. Iiii. Bis 30 hat es noch niemand auf der ganzen Welt geschafft. Das habe ich letztend erst im Radio gesehen. Nein, 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 nein. Spider-Man! 33. Ich bin ein Volksheld. Jetzt werde ich gebummst. Ach ja, komm her. Komm her, Junge. Kaputt, Junge. Aller, euch so glücklich, dass hier diese Scheiße, dass hier das, dass die Steine hier sind. Ich würde mich umbummen. I gonna fuck you really hard in your Anus. Mhm. So guckt es. 35. Jetzt mal im Ernst. Bumm, bitte jetzt mal nach, was der Rekord ist bei dem Spiel. Weil ich habe ihn gebrochen, ehrlich. Jetzt machen sie mich. 37. Ich raste aus. Oh mein Gott, du haariges Kotensemmelstück Ist es gebumst? Ich will jetzt hier endlich gebumst werden Guck's dir an Also ich kann es nicht mehr weiter schaffen, wisst ihr was ich meine? Das Vieh steht da und bewegt sich, ne? Ich gehe einfach heim, ähm Leute, 37 Lecker geht's nicht, ich weiß es Was steht da jetzt, was soll ich jetzt machen? Was sagst du? Oh Gott Leute, ich gehe jetzt halt für euch nochmal ein Stück zurück bis zur nächsten Treppe hoch und dann wieder runter Vielleicht ist er dann weg, Nüsse aus Stahl und so Was erzählt denn der Held? Oh Gott, die Fresse Drei Zwei Eins Also dann, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt Es hat Spaß gemacht Ja, so schnell kann es gehen Irgendwie, äh, äh Ja, das Ekliche ist nicht das Ende an dem Spiel, sondern das alles davor ist eklig Macht's gut, bis zum nächsten Mal Ciao Sollte man mich abonnieren? Ja Sollte man mich favorisieren? Ja Daumen hoch geben? Ja Sollte man mich favorisieren? Ja E ARD Text im Auftrag von Funk